jo leute wieder willkommen zurück mit flash ja und zahntus und ich habe immer noch kein kopf ich würde gerne einen wiser kopf haben und ist schon wieder dunkel dunkeln lässt sie aber guten munkel ich gehe einfach trotzdem mal schlafen you can only sleep at night 68 ich hatte aber ab 80 da ist komplett schon wieder ein flash ist bei 67 oder eine folge unterschied haben gas du bist kacke kleine ist jetzt down gewesen oder wird also nicht er lebt immer noch die kleine kanal rote durch die kleine kanal rote mr usher kommen sie mal her ich möchte mein ernstes wörtchen mit ihnen reden schon wieder nur knochen ich bin ja so gemein schaf mörder ja ich weiß auch gibt mir doch einfach so kack kopf nein besten zwei hintereinander klack klack hinein dann darf sofort einfach den wizard kaputt machen ja aber der haut nicht ab da oben bist du dann hol ich mir mal ein bisschen kohle dass ich mehr erfahrungspunkte kriege gut dass hier noch kohle in der wand ist ja geformt habe ich jetzt nicht ich habe eine spawne eine spawne ein schönes spawne toll noch ein bisschen und nicht...ne jetzt keine kohle mehr mit ich habe da so geboxt voll weit weg geflogen ja ich habe einen kack rückstoß das ist rückstoß 2 und verbrennung aber dennoch glack voll weg geboxt so jetzt verzauern wir einfach mal mit level 3 jetzt muss aber erstmal level 3 kommen ja jetzt kommt level 2 nee jetzt nämlich level 3 oh verzauberst du jetzt mit level 3 muss ich das jetzt verstehen ja ich kann bock auf so lange zu fahren ein paar diamanten habe ich ja noch gibt da nix drauf ja jetzt kommt level 2 toll ich leck mich drauf ja da gibt da nix drauf hä mit level 2 kriegst du doch kaum was ich mach mal mit level 3 den vogel ja auch mit level 3 was willst du da kriegen ja ist mir doch scheißegal stärker 1 oh das ding ist verzaubert erstmal jetzt sag mal wie weit kann kack dinge einen sehen ja die ollen ghast du weißt boah das ist ja voll nervig bist du mit dem boge schärfe 1 und haltbarkeit 1 war schon das ist ok boah hatte ich auch schon schärfe und haltbarkeit drauf ja moment level 30 ne jup so das kommt weg das kommt weg das kommt weg das 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 ähm zack zack das kommt weg so ok ich ja nochmal ausgekommen ja ein bisschen was zu essen dabei so ok dann würde ich sagen gehen wir mal ab wieder in die hölle und fliegen gleich wieder so runter das passt hier bestimmt das passt hier bestimmt bei meinem vielleicht ja ich hätte mal nicht da vorbei rennen sollen sondern gleich schlagen sollen ich bin ja schon mal hier drin gestorben durch so'n scheiss doch ich find's auch doch ich find's auch und diesen schmalen stick die man sich baut um um rüber zu kommen ne wow 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 verpiss dich wiser sterb sterb na was kann vielleicht jetzt auch sterben äh anderthalb herzen ha wow wow nicht 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 skelett uuuh 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 da ist der magma cube ich wunder mich ganz为什么 mach das ne nur Flutsch 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 Was geiler wäre jetzt wenn ich jetzt mit einem Kopf kriege Ich weiß gar nicht für was man die welchen Trank die man brauchte Oh Mann hab ich denn getroffen? Ich muss mich verraschen Magma Cream Magma Cream wo ist es denn? Glitzer Milone Magma Cream 3 für Feuerresistenz Okay Da sind Skelette Ja Nein lass mich in Ruhe Bitte 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 stirb 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 Nein Ja Skelett kommt auch noch über ne? Dafür stirbst du jetzt aber auch Selber schuld Bitte stirb einfach mal Dieses scheiß Gas da noch ne? Ach die auch Sind eh zu langsam Hm? Die sind eh zu langsam für mich Ja aber die nerven trotzdem ganz schön Gibt's nen schönen Pfeil ins Gesicht Hm Das ist pur Toll Find's lustig Nö Find's lustig Nö Doch Nö Doch Nö Tod Komm mit dieser Skelett Komm 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 Boah ey Wo muss ich denn hier lang Autsch Boah ey Jetzt brenn ich auch noch Hier ist nix Nicht verrecken Boah ey Mein Herz Boah ey Scheiße ey Was soll ich denn immer sagen Nein Boah Jetzt sind wir nämlich scheiße in der Nähe Alter ich bin grad so weit gesprungen Bis zum letzten Block Grad über so ne scheiß Schlucht Dass ich auf der anderen Seite der Burg komme Du hättest sterben können Ja hätt ich Ich glaube ein Block weniger und ich wär gestorben Du solltest auch sterben Ich hätt gelacht dann Grob 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 Komm jetzt gib mir mal so nen faschistischen Kopf Gibt's doch nicht So nen faschistischen Kopf? Ja Ich brauche noch welche davon Ach man Ich muss jetzt noch was für's Blöder Gast Was sind alter noch da hinten einer Aber das heftige war mir nicht Mit einmal Direkt vom ins Glas Ja aber jetzt die Fliegerat in der Nähe sind Ja ich hab hier auch direkt Boah Geh jetzt mal in die Festung rein Weiß ja der Bogen fliegt auch nicht genau Da will der Fall mich verarschen Ja klar Weißt du noch Ich glaub ich ja nur noch vier Stück Von 41 Was ich mir mal angesammelt hab Okay Ja Ach da Gast Ja passiert halt ne Und der eine nervt mich grad eh Mhm Ja dich muss man ja auch nerven Ja Ach man Triff ich die Kackkugel auch genau Okay Treff nicht Gas Ich treff die scheiß Feuerballkugel von dem Oh so komm halt Ja Wir müssen noch auf die Uhr achten Ten Minutes Ja Nicht so wie grad eben Oho Zwei Minuten schon wieder um Mhm Na ja passiert Na ja passiert Das passiert Da ist schon wieder ein Pigman runter geflogen Kommt ein Pigman geflogen Ja 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 eine keule was dort den gunpowder die fliegt irgendwas immer und dann dort gunpowder keine aber mir sind es auch irgendwie tote hose gerade komisch es gibt eine bestimmte zahl dann wissen pro festung das weiß ich nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht und tschüss mach ich schon sagen und tschüss so ein lava und aber schön ich finde keine usa mehr krieg ich aber nicht höchst sowieso runter gesprungen wie stellt mich gerne die fücher also nicht wenn die einfach mal von den abgrund springen da springen nicht drüber das war mir schon eben zu heikel 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 nicht runter springen komischer markier bin dann her nach der festung drinnen shit gott 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 das gast echt kommen wir das glätang beifuss beifussbesbes250 ein braver wisest welches die praxis gespielt kannst du ja beweisen dass ich ein hab was doch auch diese gas sind zu gast freundlich treff muss man gelernt sein soll ich mal käme mal eben hier den punkt weil ich finde hier keinen einzigen wiser mehr ich werde jetzt noch die anderthalb minuten irgendwo hinlaufen wir sind keine mehr ich laufe 10 6 im kreis also um die ganze festung rum ich finde ich ja noch irgendwo was annäherndes für eine festung darunter springen ist das gut ist eine gute idee das wirklich sein ich finde hier auch keine mehr oder nur noch ganz 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 ja genau dass die spawnrate jetzt von 3 auf 1 untergegangen ist oder auf gar nichts toll mein schnelligkeit krank ist auch schon wieder alle da ist einer und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute tschau tschau tschüss tschüss